Eine Ära, eine Aura geht zu Ende. Wir haben uns dazu beschlossen, nach sechs Jahren Dudi, Dudi zu schließen. Also wir sind momentan tatsächlich so an der Spitze des Eisberges. Die Erfahrung, die ich in den letzten sechs Jahren sammeln konnte mit Dudi. Also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin traurig, aber auch erfüllt. Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe auch jetzt kurz das Wort an Sami über, weil ich glaube, er hat auch ein bisschen was zu erzählen. Jägerl, herkese merhabalar. Ebru denedeti pek anlamadım ama herhalde benim söyleyeceklerimle aynı şeyi söylemiştir. Ja, jetzt ist es sehr gut. Wir sind ungefähr fünf Jahre lang, fünf Jahre lang, nach dem finalen. Vier sind sechs Jahre lang. Das sind schon ganz viele ürünler, die wir noch mehr, die wir noch nicht wieder haben. Wir sind jetzt noch weitere, wir arbeiten, wir arbeiten. Wir arbeiten mit der anderen, wir arbeiten, wir arbeiten. Wir arbeiten mit dem, wir in der 6 Jahre lang, vielleicht sehr viele Leute, vielleicht sehr viele, ich wissen kann. kann ich hier mal zumachen. Eine Ananas-kolye. Eine Ananas-kolye. Einmal Poche mit�kabt und Ebru und ich meinxichten. Dann haben wir viele Modell übersetzt, machte bezeugt, und wir fotograf waren, Und dann hat Ebru vom uns auf der Üste 5 hatte, 6 kameräne sind gegründet, 7 kameräne waren, 8 kameräne sind, 9 kameräne sind. Wir müssen das eigentlich alles machen, wir haben mit gegründet, wir machen wir, Wir sind das dann auch im Grunde, wir haben vieles Wachen, wir haben heute Design, wir können wir zu machen, und da wir vielleicht haben... Dass ich meine, meine Geheimnisse und Ebrun'in selbst zugeschlossender Verröse haben, um den Grafik zu finden, die in den Übrüsten von Zirven, die in die Vorstellung gab haben, aber da würde ich sage, dass wir hat es so herweil an, denn diese hierausch gewandelt haben sind, Ja, also es hat ganze vier Monate lang gedauert, bis wir dieses Stück dann fertigstellen konnten, weil ich die Samstage gearbeitet habe. Und ja, ich habe nur eine kleine Mini-Auflage produziert und die ist jetzt auch fast ausverkauft. Aber ich habe jetzt momentan einfach noch so viele Anfragen diesbezüglich und ich weiß nicht, ob ich noch eine kleine Partie anfertigen lassen soll. Also diese Partie, die jetzt noch eventuell kommen wird, kann ich nicht mehr selber machen, weil es einfach ein enormer Zeitaufwand ist. Deswegen müsste ich das in Auftrag geben. Da überlegen wir noch, ob wir das machen sollen, weil wenn wir das machen, haben wir tatsächlich nur circa zwei Wochen, also es würde zwei Wochen dauern, bis die Stücke dann fertig sind. Natürlich, wenn ich nur einen Samstag habe, dauert das alles schon ein bisschen länger. Aber da steckt Leute so viel Arbeit hinter und das ist einfach ein Traum von mir gewesen und ich bin so froh, dass ich das erfüllen konnte und dass dieses Stück auch tatsächlich einige von euch jetzt schon an ihren Ohren tragen. Das ist für mich einfach so, ich möchte heulen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Genau, da müssen wir jetzt noch mal entscheiden, ob wir noch mal eine zweite Partie machen oder nicht. Aber wir sind im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden auch mit eurem Feedback und euch hat alles super, super gefallen. Auch wie wir die ganze, dieses ganze Konzept aufgebaut haben mit der Aura, warum der O-Ring Aura heißt. Wir können ja auch mal auf unserer Seite vorbeischauen. Also da, das ganze Team hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht und ja. En son baktığımızda 3 veya 4 tane rose gold kalmıştı sadece. Gold ve silver rengi tamamen bitti, tükendi artık. Yani bir de bazı maddi önceliği bu takılar olmayan kardeşlerimize mesela ürün illaki pahalı gelmiş olabilir. Onların bize yazdıklarından mesela talepleri şu yöndeydi yani çok pahalıdır. Evet ama inanın hakikaten yaptığımız kaplamada, yaptığımız işte ve sarf ettiğimiz zamanda bu maliyetlerin altına inebilme ihtimalimiz, imkanımız yok. Şimdi aynı ürünü aynı kalitede tekrar Ebru'nun yapabilmesi en az bizim bir iki iki buçuk ayımızı alacak. Tamam belli bir alt yapımız oluştu ama Ebru'nun bunu kendi eliyle tekrar yapabilmesi çok zor. O yüzden yoğun talep üzerine fabrikasyon olarak yani Ebru'nun eli değmeden ve sadece üzerindeki kartlara Ebru'nun imzası olur herhalde ona imzayı atarsın artık. O imzayla beraber fabrikasyon yani %70, %80 fabrikasyon olarak bu ürünleri tekrar üreteceğiz. Sadece gold ve silver rengini. Onda da yine sınırlı sayıda olacak. Ich weiß auch momentan, wie die Lage z.B. in Deutschland ist, meine Eltern leben ja dort und sie beschweren sich natürlich auch über die Ökonomie und Leute, ihr wisst, hier ist es nicht besser, hier ist es sogar noch viel, viel schlimmer als so. Alles wird teurer, d.h. natürlich auch der Einkauf wird in allem teurer, d.h. wenn wir jetzt gehen und sagen, hey, wir möchten silber kaufen, ist das natürlich auch teurer wie vor einigen Monaten. Wir waren letztens übrigens bei Sada, wir haben vor 3 Monaten ein T-Shirt für Sami gekauft, das hat 300 TL gekostet. Dasselbe T-Shirt kostet 3 Monate später einfach mal 500, versteht ihr, was ich meine? Also ich kann auch diese, ich habe über Jahre einfach ein bestimmtes Preissegment vertreten, d.h. unsere Schmuckstücke waren so zwischen 30 und 60, 70 Euro. Das kann ich einfach nicht mehr einhalten, Leute. Also da kannst du so viel rechnen, wie du willst, es passt einfach nicht mehr. Deswegen, ich könnte auch in den folgenden Monaten einfach diese Preise nicht mehr anbieten. Das ist auch so ein Grund, wo ich dann dachte, okay, dann würde ich wahrscheinlich auch niemanden mehr ansprechen mit, ja, mit den Schmuckstücken, weil es einfach keinen Vorrang hat. Da kauft man sich lieber vielleicht ein paar Schuhe anstatt dann ein Schmuckstück und das ist leider so. Dediğimiz gibi DUTTI defterini artık zirvedeyken bırakmak istiyoruz. Gayet güzel deneyimdi, biz çok şey öğrendik. Çok mutlu olduğumuz günler oldu. Mal gümrükte takıldı, üzüldük. 18 gün geceleri uyuyamadık. Evet, adım. İşte depoda problem yaşadık. Yanlış gönderdiler, onu yaptılar, bunu yaptılar. Ama iyisiyle, kötüsüyle çok güzel zamanlar geçirdik. Allah'a şükür bize DUTTI'nin katkısı çok büyük oldu. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda ciddi katkısı oldu. Çok şey öğrendik. Evet, tabii ki siz müşterilerimiz, bizim her zaman veli nimetimiz oldunuz. Bunlar da en büyük etkensizsiniz tabii ki. Biz de elimizden geldiği kadar çalışmaya çalıştık. Ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Ve en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Tabii ki. Yani buradan da ben bütün ekibim adına da, bütün arkadaşlarımız adına da sizlere enişten teşekkürlerimi sunuyorum. Onun haricinde tabii ki bu ekip kıymetli bir ekip. Tabii ki bu işi bıraktık, işte başka ne yapacağız? Çok güzel, çok ciddi projeler geliyor arkasından. Yani aklımızda olan bazı şeyler var. Onların da çalışmasını bir yandan yürütüyoruz. Ortaya çıktığı zaman ilk yine sizin haberiniz olur. Benim daha fazla diyecek bir şeyim yok. Tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Ben kendi ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Bizle beraber gece gündüz demeden çalıştılar, koştururlar. Başta da öbürüye teşekkür ediyorum. Yani her şey için teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum senede. Hayallerini gerçekleştirdiğin için. Teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk sana. Ich schließe mich Sami komplett an. Also das, was er gerade gesagt hat, spricht mir sozusagen außer seelik. Bedanke mich bei jeden einzelnen von euch auch für die Unterstützung. Und für euer EFOR, für eure Bewertung. Das bedeutet mir immer noch sehr viel. Und ja, ich würde einfach sagen, sehen wir uns bei den nächsten Projekten einfach wieder. Und ich drücke euch ganz doll. Das war's von uns. Das war's von Dudik. Und danke für eure Unterstützung.